Ich bin Lisa Fritsch und freue mich euch jetzt zu unserer etwas sportlicheren Gesprächsrunde begrüßen zu dürfen, denn wir haben jetzt Spitzensportler und richtige Experten aus der Sport- und Medienbranche bei uns zu Gast. Im Vorfeld auch nochmal vielen Dank an das Udo-Steinberg-Symposium für diese Kooperation und dann darf ich jetzt auch schon unser Moderator dieser Runde begrüßen dürfen, der dann mit den ganzen Referenten auf die Bühne kommt. Ich begrüße ganz herzlich mit euch jetzt erstmal René Kindermann. Hallo, schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Abend, muss man ja fast jetzt schon sagen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, es ist voll. Man sieht es nicht so richtig von hier, aber ich gehe mal davon aus. Ich freue mich sehr, dass wir das heute Abend hier oder jetzt die nächsten drei, vier Stunden gemeinsam noch bestreiten und das sozusagen einen runden Abschluss zu finden, damit wirklich alle mit einem guten Gewissen nach Hause gehen können. Der eine oder andere durfte ja gestern schon feiern, deswegen haben wir gesagt, gut, dann machen wir heute Abend mal ein bisschen Talk sozusagen. Ich bin so mit normalerweise meinen Zwei-Stunden-Rhythmus von Riverboat, den würde ich mal anlegen und dann gucken wir mal, was noch geht hinten raus. Was wichtig wäre, das ist eine Sache, die funktioniert bei fast allen großen Unterhaltungssendungen sehr schön und das ist ja sozusagen auch in einem Fernsehstudio, wo, wie ich gehört habe, irgendwie demnächst auch die neue Ausgabe von Wetten, dass stattfinden könnte. Thomas Gottschalk ziert sich noch ein bisschen, aber den kriegen Sie schon auch hingebogen, ich bin mir da ganz sicher. Wäre wichtig, so ein Auftrittsapplaus. Wenn ich dann gleich die Gäste, die heute mit uns jetzt gleich hier reden wollen, vorhole, wäre es schön, wenn der Saal im Prinzip explodiert, das Dach kurz abhebt. Mit Chris auch noch mal reden, ob man mit den Umbauten dann hinkommt, aber das werden wir mal sehen. Aber das wäre ganz schön, wenn wir das einmal üben könnten. Wir machen mal, wir üben mal bloß mal mit der Seite hier drüben. Das ist also so der Klassiker. Also wenn ich dann zum Beispiel sage, und da ist er, hier ist er, den Sie schon seit langem erwartet haben, der Vorzeigegeräteturner Deutschlands Stefan Kretschmer. Dann passiert hier was? War ein langer Tag gestern, heute auch schon. Naja, passt mal auf, wie das hier drüben funktioniert. Es kommt ja auch noch einer wirklich der allerbesten Fußballer des Landes. Steve Toloke ist da. Naja. Also so in dem Stil, wenn wir das dann gemeinsam nach oben fahren könnten, das wäre, das wäre großartig. Wenn ich also die Gäste vorstelle, würde ich den Namen zum Schluss sagen. Vorher sage ich ihnen, sage ich euch noch, was die auszeichnet, warum sie heute bei uns sind. Und dann, wenn der Name erscheint, passiert Folgendes. Ja, sehr schön. Also sowas in der Art wäre ganz toll. Dann fühlen sich die Gäste auch aufgehoben. Die haben erstmal schon eine gute Grundstimmung und dann könnte das mit dem Tag auch vielleicht sogar in die richtige Richtung laufen. Okay, wollen wir mal starten. Als erstes in der Runde begrüße ich einen Mann, den man getrost als Social Media Papst von Deutschland bezeichnen kann. Die erste und zweite Fußball-Bundesliga, eigentlich komplett vertraut seinem Urteil, wenn es darum geht, was macht man denn in Sachen Social Media? Wie kommen wir denn mit unserem Fußballverein, der mittlerweile gefühlte 200 Jahre alt ist, wie kommen wir in die neue Welt rein? Dann wird er gefragt, dann wird er angerufen und er sagt, nicht zu Unrecht, dass Hannover 96 mittlerweile auf Tabellenplatz 4 steht. Liegt nicht zuletzt an ihm. Er hat dafür gesorgt, dass sozusagen Hannover explosionsartig sich entwickeln konnte. Dort hat er eine ganze Weile gewirkt, war auch bei der Europameisterschaft im Fußball 2008, Deutschland, Österreich, Deutschland, Schweiz. Deutschland war nicht so gut, aber ist egal. Er hat zumindest auf Seiten der UEFA dafür gesorgt, dass die Medienvertreter in und um Salzburg gut sich geborgen fühlten. Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag, Dr. Tobias Haupt! Servus. Servus, mein Lieber. Servus, bitteschön. Danke. Und er kommt, das ist durchaus wichtig. Das verbindet ihn auch gleich mit unserem nächsten Gast von der Hochschule für Angewandtes Management in Erdingen. Sie, die Frau, die jetzt zu uns kommt, ist, das kann man schon so sagen, die erste Sportpsychologin in Deutschland. Sie war diejenige, die zum ersten Mal in Erscheinung trat, wo man sagte, ach Mensch, Sportler brauchen psychologische Betreuung, gucke an. Dachte, die müssen immer nur schnell laufen und weit werfen. Nein, es ist eine Sache, die im Kopf entschieden wird. Das weiß sie am besten von allen. Der Deutsche Leichterlingeverband vertraut komplett ihrem Urteil. Der Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt ist auch ihr Zuhause und sie hat mit einem unserer Gäste auch eine sportpsychologische Vergangenheit. Dass sie immer noch Sportpsychologin ist, spricht für ihn, der da von ihr betreut wurde, spricht aber auch für Sie einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Heike Kugler. Mit dem jungen Herren, der jetzt kommt, bin ich mal in die Ukraine gereist. Er hat den Nierpa durchschwommen, der an der Stelle, wo er durchgeschwommen ist, zehn Kilometer lang ist. Ich durfte im Beiboot sitzen und damals für das MDR Fernsehen darüber berichten. Nicht nur dadurch, auch durch viele andere Wettkämpfe, wo ich dabei sein durfte, wo er großartige Leistungen vollbracht hat, haben wir uns kennengelernt. Und heute, als wir uns im Backstage gesehen haben, kam sofort, weißt du noch, das ist zehn Jahre her, sind wir in der Ukraine durch den Nierpa geschwommen. Ich sagte, Junge, du bist geschwommen, ich bin auf ein Boot gefahren. Aber es war eine tolle Zeit und seine Rekordzahlen lesen sich wirklich unfassbar. 13 Europameistertitel, einmal Weltmeister, zwei Weltrekorde, zweimal Bronze bei Olympischen Spielen. Ich sage, schönen guten Abend. Herzlich willkommen aus Chemnitz, Deutschlands bester Rückenschwimmer seit zwei Jahrzehnten. Steve Hallo. Einmal da, bitte. So, was soll man über den Mann sagen, der jetzt noch hinten wartet? Man kann Zahlen sprechen lassen. Man kann sagen, 218 Länderspiele für Deutschland, 821 Tore, unzählige Male in alle möglichen All-Star-Teams bei verschiedensten Wettbewerben gewählt. Er ist ein saukooler Typ. Und die FAZ hat damals geschrieben, als er 2007 aufhörte, damit ist jetzt die goldene Generation im Handball vorbei. Er hat wirklich fast alles gewonnen, bis auf den Olympiasieg, was es zu gewinnen gibt. Und mit ihm auch darüber zu reden, wie dieser Dreiklang zwischen Sport, Macht und Medien funktioniert hat damals, wie er heute funktioniert, wie er in Zukunft funktioniert. Seine Tochter ist ja auch auf dem Weg, ähnlich gut zu werden wie er. Das wird sehr spannend. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Stefan Kretschmer. So, alle haben was zu trinken. Ich habe das schon gerade gesagt, unser Thema ist ja so ein bisschen, ein bisschen ranrücken. Na klar, wir rücken ein bisschen zusammen. Du rückst aber nicht von mir weg. Komm, komm. Dieser Dreiklang Sport, Macht, Medien. So ein Dreiklang hat ja so ein bisschen immer so ein Gleichgewicht. Also sozusagen alle drei Töne sollen im Dreiklang gleich klingen, haben die gleiche Wertigkeit. So aus der Sicht der Sportpsychologin ist diese Wertigkeit hergestellt. Sport, Macht, Medien, also gerade Medien und Sport. Befinden wir uns auf Augenhöhe? Also ich empfinde eine starke Augenhöhe. Immer wenn wir in internationalen Wettkämpfen sind, dann empfinde ich uns schon als ein Team, was gemeinsam versucht, das Bestmögliche aus solchem Event zu machen. Für die Sportler, für die Medien, damit natürlich auch für die Zuschauer und alle, die dort mit drin sind. Und natürlich ist das auch ein Reiz der Macht, ganz klar. Also alle, die da beteiligt sind. Macht, das Machtmotiv ist ja eines der stärksten Antreiber, was es auch so mit bei den Menschen gibt. Aber macht es nicht der Antrieb für Spitzensportler, um Höchstleistungen zu erzielen, oder? Aus Ihrer Sicht? Also ich würde mal sagen, so bei den drei großen Machtmotiven, Leistung, Macht, Anschluss, diesen drei Motivationsprinzipien. Wenn man Macht so interpretiert, als die Macht über die Situation haben, die Macht über sich selbst zu haben, die Macht über die Leistung, die ich jetzt erbringe, dann ist da schon was dran. Also spielt das schon in dem Sinne eine Rolle. Also in einem positiv besetzten Sinn. Jetzt nicht negativ belegt, sondern es ist ganz normal, ganz menschlich. Der Herr der Ringe zu sein, wenn man jetzt den Diskursring nimmt. Oder Herr über den Ball, über das Spielfeld, über das Spiel. Das ist auch so ein Gefühl von Macht, na klar. Hast du jemals über ihn Macht erlangen können? Das war nicht das Ziel. Wir müssen es kurz aufklären. Also SC Magdeburg, hast du gearbeitet als Sportpsychologin, oder arbeitest noch dort? Und die Handballer waren auch ein Betreuungsfeld? Die Handballer sind ein Betreuungsfeld, wie auch andere Sportarten auch. Und das war einfach ein tolles Team, mit dem ich die Gelegenheit hatte, in unterschiedlichen Feldern zusammenzuarbeiten. Das war erfolgreich. Wir haben ja alles abgeräumt. Ja, und wie gesagt, das war so in ganz unterschiedlichen Facetten. Vor allen Dingen war das Augenmerk auf das Team gelegt, aber durchaus auch mal Interaktion, Zusammenarbeit mit dem einen oder anderen Einzelnen. Aber Schwerpunkt war eigentlich das Team und auch die Kooperation mit dem Trainer. Hat das was gebracht? Bevor ich jetzt das beantworte, bedanke ich mich erstmal bei der Requisite. Das ist die erste Talkshow, in der man wirklich liegen kann. Ich muss mal ehrlich sagen, dass der Moderator hier im Liegen moderiert ist. Ich habe ja sozusagen den Moderationssessel bekommen. Absolut. Also ich komme aus einer Generation und das ist relativ schwierig, in der Männer Probleme alleine lösen mussten. Also als Frau Kugler zum ersten Mal uns vorgestellt wurde, Ende der 90er war das, glaube ich, und als unser damaliger Trainer Alfred Giesersson sagte, wir machen jetzt mal was ganz anderes, wir stellen euch mal eine Psychologin an die Seite. Okay, in der Gesellschaft, in der wir groß wurden, Männerhandball, ist das jetzt nicht gerade der Schritt gewesen, den alle so gut fanden. Oder dem sie offen gegenüber aufgestellt waren. Also du warst angehalten, deine Probleme selbst zu lösen, möglichst unter den Teppich zu kehren und ein Mann hatte eigentlich auch keine Probleme zu der Zeit. Das gab es in Männerhandballen nicht. Dann kam die Metro-Sexualisierung, als Männer dann eine Frau sein durften. Vielmehr als Herr Beckham das sozusagen rausgetragen hat. Als man die Frisuren tragen durfte und auch die Kleider. Und da durfte man dann als Mann auch Probleme haben auf einmal. Man durfte sich feminin geben und durfte dann auch im Rat fragen und bitten. Und dann glaube ich, dass es einige in Anspruch genommen haben, sowohl in individuellen Gesprächen. Ich weiß noch, diese erste Gruppen, ich will es ja nicht Therapie nennen, weil das hat so einen negativen Beigeschmack, dieses erste Gruppengespräch. Das klingt aber nicht viel besser, wenn eine Psychologe dabei ist. Also sie hatte keinen leichten Stand, glaube ich, in dieser ersten Sitzung im Haus der Athleten in Magdeburg. Ich weiß noch, sie kam dann zum Seil, das wurde dann auf den Boden gelegt und dann sollten alle am selben Strang ziehen. Ja, das war für uns schon relativ gefühlungsbedürftig. Später war das dann normal. Wir sind dann auch über glühende Kohlen mal gelaufen, über Glasscherben. Also da hat man dann schon so Reize gesetzt. Aber zu der Zeit, als sie anfing, da war das im Handball völlig verpönt. Erinnerst du dich noch daran, wie das war, diese erste Runde bei denen? Ja, klar. Erzähl mal aus deiner Sicht. Erstmal Blut und Wasser geschwitzt. Vorher schon? Ja, es ging schon los, auch dass ein Anruf kam damals von einem Zeitungsreporter, wo ich überhaupt noch nicht mit zu tun hatte und nicht mit gerechnet habe. Und so nach dem Motto, ja, wir haben gehört, da findet so und so was statt mit der Mannschaft. Und was haben sie denn da vor? Und was machen sie denn da? Und ich war erst mal verblüfft und auch unsicher, so nach dem Motto, ja, auch das Thema Vertraulichkeit. Also was geht denn das jetzt eigentlich an? Und will das die Mannschaft, will das das Team, wollen überhaupt, dass man da so drüber redet? Da habe ich auch gesagt, da würde ich mich erst mal nochmal gerne erkundigen, ob das so gewollt und gedacht ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht, Thema Medien. Wissen Sie, wenn Sie uns jetzt gar nicht so was erzählen können, dann müsste ich mir ja was ausdenken. Hat der Journalist gesagt? Ja, und ja, das war schon mal so eine kleine Zwickmühle, so ein erster Einstieg so mit Medienkontakt. Ach, das war so, da ging es los. Aber da kam ja die Medienmacht auch sofort auf dich zugerollt. Richtig, richtig. Aber dann nächster Tag und dieses Teammeeting oder eine Teamentwicklung war eigentlich die Idee, zum Anfang der Saison nochmal so das Thema so an einem Strang ziehen, auf welches Ziel hin. Und da war mir einfach von vornherein auch klar, wie viele Sprachen werden eigentlich in dieser Mannschaft gesprochen? Und in welcher Intensität? Und wie ist vielleicht eine Idee, so etwas metaphorisch mit einer Metapher oder mit einem Symbol deutlich zu machen? Und da kam dieser Gedanke, das war eine Seilerei in Diesdorf, die stellen Schiffstau her und da habe ich dann ein Schiffstau besorgt, weil ich gedacht habe, wenn die da dran ziehen, das muss schon ein richtiges... Und haben dann die Riesenkerle wirklich das Seil genommen und am Seil gezogen? Die haben das tapfer durchgezogen, die haben das tapfer mitgemacht, muss ich sagen. Also für mich war es ja auch eine wichtige oder eine interessante Erfahrung der Transfer, sagen wir mal von Teamentwicklungsübungen, wie man sie aus der Organisationspsychologie kennt, wie man sie anwendet, wie diese Situation jetzt hier in der Mannschaft oder für die Mannschaft ist. Und ich muss einfach nochmal sagen, so großes Kompliment, inwieweit und in welcher Form sich jeder so auf seine Art und Weise darauf eingelassen hat. Und ich glaube, mich zu erinnern, Stefan, korrigiere mich vielleicht, als es auch so ein bisschen um Fragen ging, so in Richtung, was die Mannschaft betrifft und was Stärken sind und so weiter und so fort, dass ich auch sehr... Also ich erinnere mich, dass du sehr engagiert geschrieben hast, dass du sehr engagiert, also dir Zeit genommen hast, darüber nachzudenken, was deine Position ist und die auch sehr, ja, sehr echt so rübergebracht hast. Also es gab da schon dann auch Momente, wo aus dieser ein bisschen vielleicht auch manchmal Verlegenheit oder bis Albernheit aus dieser Situation, was machen wir jetzt eigentlich hier, was läuft hier ab, dass aber trotzdem so ein Gedanke rüberkam, das auch ernst aufzunehmen und so einen Moment zu finden, wo können wir hier andocken. Aber dass die Situation nicht einfach war, das war für alle Beteiligten so. Hinterglücklich gewesen, dass alle zufrieden waren damit, ja. Also dann kamen wieder die Journalisten, ja, so Tür auf im Haus der Athleten, ich sehe noch diese Ziehharmonikatür und dann so Foto, Foto, Blitzlicht, Gewitter und man war schon, also ich zumindest schon durchaus auch, wie gesagt, schweißgebadet und musste das auch erst mal so ein bisschen aufnehmen und war auch in dieser Situation, die wir ja vorhin auch schon öfter angesprochen haben, also so wie nach dem Wettkampf Tür auf und du wirst sofort gefragt, ja und wie war es denn nun und war es jetzt ein Erfolg oder war es dies oder das und du bist erst mal selber noch mit der Situation ganz beschäftigt und verarbeitest das erst mal noch. Also schon auch eine Parallele zu dem, was Sportler erleben. Siv, wie ist das denn, wenn wir nach dem Wettkampf, du steigst aus dem 100 Meter Rücken aus dem Becken und weißt ganz genau, okay, raus, einmal kurz winken und dann muss ich durch diese Mixzone durch, wo dann schon die Live-Kamera wartet. Ist das immer Spaß, wenn wir dann, wenn wir euch so bedrängen? Ja, das Erste ist ja, es kommt ja schon darauf an, welche Leistung man abgeliefert hat. Wenn man dort gut war, dann stört gar nichts, dann läuft man dort durch mit einem Lächeln, man merkt keine Schmerzen, aber das Problem fängt ja da an, wenn die Leistung nicht ganz so optimal getroffen worden ist. Man hat das Gefühl, man hat sowieso schon keine Luft, soll dann noch relativ vernünftig die Fragen beantworten und die Fragen sind ja dann auch schon von einem relativ straffen Kaliber. Aber da muss man dann schon so ein bisschen auch manchmal mit sich kämpfen, ob man dem jetzt nicht live wehtut oder erst später. Aber insgesamt ist es so... Bist du mal ausgerastet im Interview eigentlich? Nee, 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 da habe ich immer absolute Ruhe bewahrt und war immer ganz agoran. Kennt dich so gar nicht. Ich bin dann nicht mehr weitergegangen, also wenn es dann wirklich zu straff war oder unter der Gürtellinie gegangen ist. Also ich sage mal, da haben schon die Journalisten vereinzelt ziemlich große Macht. Und jetzt ist ja dann in der Folge, man versucht dann selber mit sich klar zu kommen, warum man eben nun mal nicht so gut war, ist bei mir selten vorgekommen, aber bei vielen anderen häufiger. Dann hast du ja auch Tage lang daran zu knaubeln. Und dann siehst du eben die Zeitungsartikel, du bist zu Hause, guckst du vielleicht mal den Wettkampf an, das Interview, liest du die Zeitungsartikel durch und dann wird es ja dann nochmal ein Schlag, mit dem Vorschlag haben wir auf dem Kopf, wo du dann an Niederlagen wirklich lange zu knaubeln hast. Und da wäre das eben gut, einen Psychologen an der Seite zu haben. Und wir sind ja in so einem tollen Jahrgang, dass wir eben das früher nicht ganz so hatten. Oder ich hatte nie psychologische Betreuung mehr, vielleicht manchmal gut gewesen. Auch wie man eben auf manche Interviews da reagiert. Aber dazu vielleicht später mehr. Gerne, wir können da gerne mehr dazu reden. Tobias, jetzt ist das so eine Sache, die Jungs sind natürlich in der Generation unterwegs gewesen in Sachen Leistungssport. Da gab es das Foto-Handy noch nicht. Handy war knapp erfunden, aber Foto-Handy gab es noch nicht. Jetzt kommst du um die Ecke und sagst, Freunde, in Sachen Social Media, da geht noch viel mehr. Ist das aus deiner Sicht, wie hilft das den Sportlern auch? Oder ist das eine reine Vermarktungsgeschichte, wenn ihr sozusagen diese, gerade in Sachen Fußball, da bist du ja viel unterwegs, hilft das auch den Sportlern so ein bisschen? Oder sind die daran gewöhnt mittlerweile? Wie kann man das denn einschätzen? Also zunächst mal, ich habe mich sehr in deine Lage versetzen können, weil es uns eigentlich ähnlich geht in den letzten Jahren, wenn wir zu den Vereinen fahren. Dann haben die oft zehn Fragezeichner im Gesicht und dann sagen die, was wollt ihr mit Social Media Marketing? Das interessiert uns eigentlich gar nicht. Das heißt, erst in den letzten Jahren ist eigentlich ein Bewusstsein entstanden, dass Social Media Marketing auch was Gutes sein könnte. Und insbesondere für einen Sportler, also ich bin damit echt vorsichtig. Also ich will hier jetzt nicht als der Social Media Marketing Revoluzzer auftreten, ganz im Gegenteil, ich will sogar warnen. Aber das Wichtige ist, dass man sich halt bewusst wird, Social Media oder soziale Netzwerke bieten wahnsinnig viele Chancen, aber auch wahnsinnig viele Risiken. Das heißt, das Thema muss man wirklich zielorientiert, strategisch angehen und dann kann es ein Erfolg werden. Ansonsten ist es eher Gefahr als Chance. Wo ist die Gefahr? Die Gefahr ist natürlich, also wenn man einmal die Tür in Social Media Marketing aufmacht, es gibt ja den bekannten Spruch von der Bild-Zeitung, wer einmal mit der Bild-Zeitung im Aufzug nach oben fährt, fährt mit ihr auch wieder nach unten. Und ähnlich würde ich das in Social Media Marketing übertragen, wer einmal die sozialen Netzwerke für sich öffnet, der muss dann aber auch wirklich in den sozialen Netzwerken aktiv sein und kann dann nicht nach zwei Wochen sagen, ach übrigens, ich habe es mir anders überlegt und jetzt lasse ich das mal, weil dann habe ich die eigentlich auf einer vermeintlich privaten Seite im Internet und dann muss ich auch schauen, was passiert dort, weil dann fliegt mir das Ding möglicherweise in zwei, drei Wochen später um die Ohren. Das ist auch so eine Art Macht, die die sozialen Netzwerke schon mittlerweile haben, oder? Absolut und die sozialen Netzwerke ist ja so ein abstrakter Begriff. Ja, das ist sowieso, Herr Zuckerberg ist jetzt nicht irgendwie immer überall. Genau, letztendlich ist es die Macht der Fans, das hört sich jetzt in erster Linie negativ an, kann es auch sein, aber es kann natürlich auch positiv sein. Also wir sehen das bei klassischen Unternehmen, die natürlich die sozialen Netzwerke auch zur Marktforschung benutzen, also die beispielsweise neue Produkte entwickeln lassen. Wir sehen es im Sport, Raphael Nadal, der seine neue Tennistasche von den Fans auf Facebook designen lässt, Bundesligisten, die das neue Trikot designen lassen von den Fans. Also es gibt schon auch Chancen, aber natürlich auch Risiken. Die Beispiele, Manuel Neuer, Mario Götze kennt jeder, was dort in den sozialen Netzwerken passiert ist. Dass sie gewechselt sind, der eine von Schalke, der eine von Dortmund nach München jeweils. Da war wirklich, Shitstorm ist da wirklich noch ein Begriff, der ganz, ganz simpel ist an der Stelle. Absolut, Shitstorm aber auch ganz interessant ist eigentlich nur ein Begriff, der so im deutschen Sprachgebrauch anzusiedeln ist, so im amerikanischen, die kennen eigentlich den Begriff Shitstorm gar nicht, sondern die wissen schon, also wie man mit so einem Thema umgehen muss, haben natürlich auch eine ganz andere Kommunikationskultur, wie wir in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, also wenn ich jetzt aus Vereinssicht denke, oder aus Unternehmenssicht, oder auch aus Sportlersicht, ich muss mir einfach bewusst sein, was sind soziale Netzwerke, wer ist dort aktiv? Und vielleicht auf die Eingangsfrage von dir noch zurückzukommen. Letztendlich, wir stellen es fest, das ist tatsächlich eine Generationenfrage. Wir haben 18-, 19-jährige Spieler, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Begriff richtig ausspreche, die Digital Natives oder Headdowns. Headdowns, weil die ja immer so da sitzen vor den Smartphones. Und die mit den sozialen Netzwerken einfach groß werden, die wissen gar nicht mehr, dass es eine Zeit ohne Facebook, Twitter und YouTube gab. Das heißt, die kommen freiwillig zu den Presseverantwortlichen und sagen, hey, können wir nicht was machen? Während wenn du einen 30-, 35-jährigen Fußballprofi oder auch Spitzensportler hast, da ist es dann schon schwieriger. Und da geht es natürlich sehr, sehr viel um Bewusstseinsschaffung. Und das ist auch eine sehr, sehr große Aufgabe. Und von dem her kann ich das sehr gut nachvollziehen. Da muss man insbesondere auf Geschäftsführer-Ebene natürlich noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Stefan, Social Media, wäre das was gewesen für dich damals? So schön, also alle überall dabei zu haben, wenn du irgendwas machst, wenn du irgendwo hingehst, die Gruppentherapie, mal kurz ein Selfie. Mit der Psychologin und raus damit. Ach, ich finde es schon spannend. Also ich meine, ich habe die Zeit damals auch genossen, als es es nicht gab. Muss man auch ganz klar sagen, dass es... War das einfacher vielleicht damals so ein bisschen für euch als Sportler? Es war natürlich ein wesentlich freieres Leben. Also du konntest natürlich ganz andere Sachen machen, vor allem im Freizeitbereich, was heutzutage dann nicht mehr möglich ist. Weil natürlich jeder durch diese 1414 der Bild zum potenziellen Paparazzi mutiert. Und dadurch ist es natürlich so, dass das Handy gerne mal gezückt ist, ein Foto gemacht wird und dass es mit der Privatsphäre dann, egal wo du bist, relativ schwierig ist. Das war halt in den 90er Jahren überhaupt kein Thema. Da konntest du dich sogar am Bierkönig noch blicken lassen. Das war überhaupt keine Frage. Warst du da meinig? Elf Jahre in Folge, jedes Jahr Mannschaftsfahrt. Immer dahin? Selbstverständlich, nach einem festen Programm. Habt ihr aber Erdinger alkoholfrei getrunken da immer, ne? Damals gab es noch keins. Das ist der Tod des Leistungssports, Erdinger alkoholfrei. Aber das war später noch kurz hin. Ich mache das jetzt gerne. Facebook, Twitter, Instagram, das sind natürlich Sachen, wo du ein Feedback bekommst und wo du dich mitteilen kannst. Ich glaube, wenn ich von einem zweischneidigen Schwert spreche, dann ist es so, dass man sich über seine Social Media Kanäle natürlich verteidigen kann. Wenn man mal angegriffen wird oder wenn man ungerecht behandelt wird von den Medien, dann kann man es relativ schnell gerade rücken über seine Kanäle, die man selbst beeinflusst. Das ging natürlich früher nicht. Hat jemand schlecht über dich geschrieben, musstest du erst auf die nächste Chance warten, bis du mal wieder gefragt worden bist und bis du das dann gerade rücken konntest oder du hast drei Jahre Medienboykott der Zeitung oder dem Journalisten gegenüber betrieben. Heutzutage ist es relativ einfach, weil du, wenn es so etwas gibt über deine Kanäle, dass du das gerade rücken kannst und auch einfach schnell ein Statement raushauen kannst. Ich persönlich, und wenn ich da deinen Tipp irgendwie gerade gehört habe, dass man es strategisch angehen muss, ich mache das überhaupt nicht strategisch. Also ich haue raus, was es rauszuhauen gibt. Da wurde doch mal Angela Merkel nominiert bei der Ice Bucket Challenge halt. Ja, aber das macht man halt nicht strategisch. Da denkt man sich jetzt auch nichts dabei, großartig. Ja, Jogi Löw, Angela Merkel. Also wenn dann, Stefan Kretschmer, fängst du auch oben an. Ja, in dem Punkt schon mal, ja. Habe mir dabei auch was gedacht, habe das auch begründet. Das stimmt. Wolltest du die Frisur von Herrn Löw nochmal sehen, ne? Die fand ich übrigens nicht schlecht. Wobei, da müssten wir jetzt die Mädels anscheinend eher fragen. Das ist überhaupt nicht strategisch, weil ich glaube, das merkt der User relativ schnell. Wenn du irgendwas strategisch oder managementorientiert machst, dann verliert dir auch die Lust daran. Und auch da ist es wieder ein schmaler Grad, wie viel gibst du von deinem Privatleben preis und was ist das Berufliche. Also manchmal, es gibt auch Leute, die hauen alles aus ihrem Privatleben raus. Gerade in Amerika ist es so, dass, keine Ahnung, ihre Geburt im Internet... Bobby Williams zum Beispiel ist ja kein Sportler, aber da waren wir im Prinzip live dabei im Kreißsaal. So, also da gibt es Grenzen, das würde ich jetzt nicht machen. Stief würde das wahrscheinlich machen, nehme ich mal an. Aber der hat natürlich keinen Fett. Chemnitz, gibt es das? Bei euch Kreißsäle haben wir schon da bei uns. Ich glaube, es war eher wegen einem Foto, die hat er gefragt. Facebook, Instagram, Twitter, machst du sowas? Ja, ich muss schon sagen, dass ich da jetzt auch erst neulich auf den Trichter draufgekommen bin. Ist ja auch nicht so lange. Aber das Einzige, was ich da schon auch so ein bisschen bereue, ist früher, ich kenne einige bestimmt auch noch von Ihnen, dass man da so einen Film hatte mit den 36 Bildern und da immer fotografieren musste. Und Sydney bei den Olympischen Spielen, das war für mich beeindruckend, da war das schon schwierig, ein Handybild zu machen und so. Und jetzt fehlen da schon so ein paar Liegen an Erinnerungen, wo heutzutage bei Facebook und so weiter macht man ein Bild, schreibt einen Text, einen Kommentar und irgendwann hat man eben dann so eine riesige Chronik da drin. Also aus der Sicht finde ich es schon auch interessant. Aber ich denke, ihr habt da alle beide auch recht. Ich sehe es genauso. Es kann gefährlich sein, es kann aber auch gut sein. Und eben mit den kritischen Interviewfragen, da kann man die auch dann gleich sofort beantworten und ein paar Sachen deutlicher formulieren. Stefan, hast du absolut recht, Ergänzung dazu noch, strategisch heißt nicht, dass es nicht authentisch ist. Also das bedeutet nur, das ist vielleicht so ein überladener Begriff, strategisch, dass ich mir Gedanken mache, wie wirkt so eine Meldung und was poste ich. Also ich glaube, du postest jetzt auch nicht jede Meldung aus deinem Privatleben, sondern du überlegst dir schon auch, was poste ich jetzt und was mache ich lieber nicht. Aber letztendlich ist es auch eine Frage der Zielsetzung. Also machst du das Ganze, weil es dir einfach Spaß macht, weil du vielleicht mit ein paar Leuten in Kontakt sein willst oder willst du damit Geld verdienen. Und das ist immer abhängig von der Zielsetzung, aber die Empfehlung, also strategisch ist vielleicht der falsche Begriff, einfach sich den Chancen und Risiken bewusst zu sein. Und du hast es auch super gesagt mit dem zweischneidigen Schwert. Ein Beispiel, das vor kurzem wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, das einfach wahnsinnig gut zeigt, sowohl die Chancen als auch das Risiko der sozialen Netzwerke, was die Schweinsteiger nach dem WM-Titel gewinnen. Als ein Video von ihm aufgetaucht ist in einer Bar, als er einen Schmähgesang auf Dortmunder Fans angestimmt hat und dann wirklich eine absolute Negativpresse auf ihn eingestürmt ist, sowohl in den klassischen Medien als auch in den sozialen Netzwerken. Und dann aber eher durch eine persönliche Videobotschaft, die er dann auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat, den ganzen, ja, wie er ihn eigentlich aus den Segeln genommen hat, das Ganze sich in ein positives verdreht hat. Borussia Dortmund hat das Thema aufgegriffen auf der Facebook-Seite, haben gesagt, ja, Wasti, wir wissen, dass du ein toller Sportsmann bist, wenn du mal Gesangsunterricht brauchst, dann komm doch mal vorbei, wir helfen dir gerne weiter. Und da haben sogar die Bayern-Fans gesagt, das war eine super Aktion. Also man sieht hier eigentlich Gefahr soziale Netzwerke. In einer privaten Situation hält irgendjemand sein Handy drauf, stellt es in die Netzwerke. Für den Sportler natürlich absolut bescheuert, aber man kann darauf reagieren und da auch wieder die Chance erkennen, wenn ich hier in den sozialen Netzwerken präsent bin, kann ich das Ganze ins Positive verkehren. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn er gar nichts gemacht hätte. Das stimmt. Nur keine Reaktion ist immer das, wo wir dann alle Interpretationsspielräume haben und als mögliche reinlegen können sozusagen. Stefan, wie hast denn du das als Sportler damals in diesem Spannungsfeld Medien oder wir Journalisten und der Sportler gesehen? War das immer ein Wettbewerb auf Augenhöhe? Also als Sportler nimmt man euch einfach nur als notwendiges Übel. Ja, das ist ja okay. Das muss man ehrlich sagen. Es ist keine partnerschaftliche Beziehung zu den Medien. Also es gab so zwei, drei befreundete Journalisten, die ich im Laufe der Jahre hatte. Ansonsten, man respektiert es, wenn ein Journalist sich mal Mühe gibt und sich mal etwas anderes überlegt als dieses normale, monotone Interview, was du als Leistungssportler immer führen musst. Das sieht wie aus? Wie haben Sie sich gefühlt? Warum hat es nicht geklappt heute? Wie stolz sind Sie auf den Sieg? Ja, oder wenn Sie dich deine Biografie nochmal abfragen, was Sie halt auch nachlesen hätten können. Da ist der Papa jetzt wirklich stolz als Trainer und die Mama als Leistungssportlerin immer Handballerin. Was denkt denn die jetzt und so? Du merkst in dem Moment, wo du eine Frage eigentlich automatisch beantwortest, weil du sie schon hundertmal beantwortet hast. Das ist dann relativ unspannend und das reißt du dann einfach auch ab mit einer gewissen Routine, die du schon hast. Das ist meistens alles im sportlichen Bereich angesiedelt. Deswegen habe ich mich eigentlich auch überall ausprobiert und bin auch mal in Sportarten fremde Kanäle oder Fernsehsendungen gegangen, weil mich das einfach interessiert und auch gereizt hat. Das war dann schon ein anderes Gespräch. Da war zwar manchmal der Moderator ein totaler Handball-Vollidiot, also der über meine Sportart jetzt gar nichts wusste, was aber irgendwo angenehm ist, weil du selber auch mal auf einen anderen Trichter gebracht wirst. Wir Sportler, wir laufen ja ganz groß Gefahr, dass wir unsere Welt für die absolute Welt nehmen. Und im Fußball ist das, glaube ich, sogar ganz extrem. Und man blickt über den Tellerrand dieser Sportart dann gar nicht mehr hinaus und bewegt sich auch sein Leben lang nur in dieser Sportart. oder solange man zumindest Sport treibt, sucht sich auch teilweise seinen Freundeskreis in der Sportart, dann auch noch im schlimmsten Fall eine eigene Mannschaft. Und man bekommt überhaupt keinen Input. Das war mir in meiner Karriere immer zu wenig. Also mir den Freundeskreis außerhalb gesucht und auch vieles ausprobiert, was mit meinem Sport gar nichts zu tun hatte. Und damals als Sportler wurde das dann ausgelegt, um Gottes willen, der macht zu viel. Um Gottes willen, der soll ich mal lieber nur auf Sport konzentrieren. Der ist Profisportler. Und dann, als es dann funktioniert hat, Wahnsinn. Also, dieser Kretschmer, was der alles kann. Das ist ja unfassbar, was der alles noch... MTV, Sushi, geht alles. Diese Popularität ist ja für unsere Sportart großartig. Ja, der allerbeste. Aber erst mal drauf. Aber es ist ein ambivalentes Verhältnis zu Journalisten, schon immer gewesen als Sportler, weil du dich natürlich auch permanent ungerecht behandelt fühlst, ja klar. Ja. Aber hat sich das gewandelt, nachdem du dann auf die Seite der Experten gegangen bist? Verstehst du einige Sachen, die wir jetzt machen, besser, anders? Oder hilfst du da so ein bisschen auch innerhalb der Handball-Fraktion, da ein paar Sachen aufzuklären? Ich weiß zumindest, was der Sportler denkt. Das ist schon mal ein Vorteil. Schon viel wert, das ist schon mal ein Vorteil. Das ist viel wert, ja. Also wir haben zum Beispiel, zu meiner aktiven Zeit, gab es eine Generation, die sind 1978 Weltmeister geworden, die BRD. Und die DDR ist 1980 Olympiasieger geworden. Und immer, wenn es bei uns nicht funktioniert hat, haben die draufgehauen. Also dann haben die irgendwie gesagt, naja, das ist ja eine Gurkentruppe und die können ja nichts und so weiter und so fort. Ich habe das gehasst. Ich habe diese Experten gehasst. Aber es war die Motivation, eigentlich um es denen zu zeigen, dass wir dann irgendwann erfolgreich waren. Und genauso hassen uns die jetzt, wenn wir unseren Scheiß irgendwie abgeben und klugscheißen in unseren Expertisen, dann finden die das grauenvoll. Und ich weiß, wie das Messer einer Tasche bei denen aufgeht, wenn wir mal wieder draufhauen, wenn es wieder nicht geklappt hat. Und das hat ja schon eine ganze Weile jetzt nicht geklappt. Also die Jungs haben echt ein schweres Schicksal jetzt gerade. Aber ich kann es einschätzen, deswegen versuche ich eine Mischung zu finden zwischen draufhauen und die auch mal zu loben, auch wenn es keinen Grund gibt. Ja, gerne. Ist das wirklich eine Motivation, die du auch feststellst, dass die sagen, jetzt dem Experten will ich es mal zeigen oder gibt es dadurch auch eine andere Motivation? Die Motivation ist, jemandem zu zeigen, sei es nur ein Journalist oder anderes Umfeld, die sagen, schreiben, jemanden abschreiben. Da habe ich jetzt gerade ein eigenes Beispiel erlebt, eine Athletin, vielleicht im Sommer mitverfolgte Antje Möllner, als sie 3000 Meter Hindernis bei den Europameisterschaften gewonnen hat. Und sie hatte auch auf die Frage, was hatte ich denn eigentlich in diesem Jahr so besonders angetrieben, zu dieser EM, ausdrücklich mitformuliert. Ich wollte es einfach denen zeigen, die mich schon immer absegen wollten, war so ein Zitat von ihr. Also da sind sie jetzt sicherlich nicht nur Journalisten mit gemeint, sondern sicherlich auch im Umfeld oder in ihrer Wahrnehmung, dass sie nicht so mehr auf dem Schirm war oder dass viele sie vielleicht nicht mehr auf der Rechnung hatten und dass dieses Motiv, es jedem mal zeigen zu wollen oder dass eben auch mal das Messer in der Tasche aufklappt, so nach dem Motto, was passiert hier eigentlich, wie wird Leistung gewürdigt, wie wird Leistung gesehen oder wird Leistung gesehen oder ist es eigentlich viel attraktiver und schicker Misserfolg durchzukneten und immer noch mal Öl ins Feuer zu gießen und jemanden da immer noch mal so ranzugehen. Also mit anderen Worten, aus solcher negativen Energie eine positive Umwandlung, eine Transformation für sich zu machen als Sportler und zu sagen, so und jetzt erst recht und jetzt knallt es hier und jetzt rocke ich den Ring oder die Bahn, das ist auf jeden Fall eine Form der Motivation oder des Energiegewinns und damit sicher auch wieder des Machtgewinns. Es ist aber nicht die einzige, es ist durchaus auch möglich aus einer hohen, positiven Ansprache, einer wertschätzenden, eines wertschätzenden Umgangs Leistung zu bringen. Ich glaube, das ist eigentlich die angenehmere Form, die einfachere. Das stimmt. Bereitest du denn auch Sportler auf solche Extremsituationen vor, die mit Medien zu tun haben? Also auf dieses Interview nach den 3000 Meter Hindernis, auf das Interview nach den 100 Meter Rücken, auf die immer wiederkehrende blöde Frage oder gibt es sowas gar nicht? Also ich bereite die Athleten natürlich vorwiegend erst mal darauf vor, ihre Leistung zu bringen und das ist die sportliche Leistung und um die geht es erst mal in der ganzen Zusammenarbeit. Nichtsdestotrotz kommt auch durchaus mal das Gespräch da drauf, so eine Art Worst-Case-Szenario, so einen schlimmsten Fall durchzuexerzieren, weil gerade auch in der Leichtathletik haben Leichtathleten dann auch immer wieder erzählt, nach diesen Wettkämpfen, internationalen Wettkämpfen, der Journalist ist der erste Mensch, den sie nach dem Wettkampf begegnen. Die gehen da aus dem Stadion raus. Der Trainer darf nicht ran, die sitzen auf der Tribüne irgendwo, wir sind da irgendwie unten dabei. Ja, wir stehen dann da. Und das hatte mir gerade die Verena Seiler vor die Woche auch nochmal gesagt, ihr habt einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie geht der aus dem Stadion raus? Also gerade wenn es auch vielleicht nicht den Erwartungen entsprechend gelaufen ist. Was gibt es für einen Kommentar, der erste Kommentar des Journalisten? Na, wieder nicht so gut gelaufen, was? Oder irgendwie. Was macht das praktisch mit dem Athleten? Wie geht der denn wirklich raus aus dem Stadion? Noch mehr geknickt, wo er selber schon weiß, dass das alles jetzt vielleicht nicht so toll war? Oder kann er sich vielleicht auch relativ schnell wieder fangen und einen Blick in eine andere Richtung werfen? Und kann auch so etwas empfinden wie ein Mitfühlen. Das hat ja einen positiven Sinn. Empathie halt. Ja, eine Empathie. Wieder abzuholen und zu sagen, ja, okay, aber das ist ja immer das Entscheidende. Genau, in dem Gespräch hatte sich auch zwei Beispiele genannt von Journalisten, die das besonders gut machen in ihr. Finde ich auch interessant, dass Athleten so rum antworten. Also nicht ihnen als erstes die einfallen, die immer sozusagen die furchtbare Variante wählen, sondern die sagen, der macht das richtig gut. Also wenn ich da durch die Mixzone komme und das erste, was der sagt und so weiter, das tut richtig gut. Vielleicht da eingehaktes Spannende. Und im Ganzen ist ja, dass mittlerweile mit den sozialen Netzwerken nicht mehr nur die Journalisten vor Ort eigentlich journalistisch tätig werden, sondern eigentlich alle Nutzer der sozialen Netzwerke. Letztendlich geht es ja um Meinungsbildung. Noch vor zehn Jahren waren die Journalisten in erster Linie die Meinungsbilder. Jetzt sind es aber auch Journalisten, aber in erster Linie auch Fans oder Nutzer in den sozialen Netzwerken. Und das muss man sich schon auch bewusst machen, dass sich da die Kommunikationsstruktur schon gewaltig verändert hat. Und deswegen muss ich eben als Spitzensportler mir auch bewusst sein, was mache ich in den sozialen Netzwerken und wie gehe ich dann mit den Meinungen, die dort kommuniziert werden, auch gezielt um. Steve, wie ist das bei dir? Nur mal ganz kurz zur Sportpsychologin zurück. Hattest du sowas auch gehabt zu deiner aktiven Zeit? Ich denke, für mich wäre es schon gut gewesen, hätte ich so jemanden an meiner Seite gehabt. Es ist immer das Problem auch mit den Medien. Als Schwimmer oder ich sage, Leichtathlet ist man schon irgendwo ein Einzelkämpfer. Klar startet man für einen Verein, aber der Verein hat ja doch andere administrative Aufgaben. Und der Athlet ist in seiner Vermarktung sich komplett allein überlassen. Entweder man hat ein Top-Management, was aber auch sehr, sehr schwierig war zu meiner damaligen Zeit. Waren ein paar gute, aber die wussten ja gar nicht, wie ich denke und wie ich mir was vorstelle. Und man musste sich um Sport kümmern, wie du vorhin schon gesagt hast. Und dann hast du aber so viele Baustellen noch ringsherum, wo du gar nicht wirst, wo soll ich denn jetzt anfangen? Und dann wäre eben eine Psychologin auch wichtig gewesen, weil man dann vielleicht in vielen Sachen auch hätte ruhiger reagieren können, entspannter reagieren können und vielleicht auch mal das eine böse Wort von einem Journalisten nicht ganz so auf die Goldwaren gelegt. Legt man das, also so ein erfahrener Mann wie du, du hast nur wirklich, bist du mit allen Wassern im wahrsten des Wortes gewaschen. Legst du wirklich, wenn ich da zu dir komme und sage, pass mal auf Steve, das war jetzt aber nicht so dolle, was du gemacht hast. Du bist jetzt irgendwie, achso, warte mal ganz kurz, bevor ich verrate weiter, ganz kurz nur, der Kollege Teloke ist übrigens gerade frischgebackener Europarekordhalter in der AK35 über die 50 Meter Rückenkurzbahn. Vielen Dank, vielen Dank. Das wollte ich erst mal sagen, sollte jetzt mal, also da wäre es nur positive Sachen zu geben, gerade eben in Kohlmach aufgestellt. Aber legst du das dann wirklich hinterher nochmal auf die Goldwaage? Das kommt ja auch, also ich denke schon, dass jeder Journalist eine ziemlich große Macht hat und eine ziemlich große Verantwortung. Bei uns Sportlern heißt es ja auch immer, wir haben eine Vorbildfunktion, Vorbildwirkung und man kann viel gut machen, man kann aber als Journalist eben auch ziemlich viel kaputt machen. Wenn das natürlich eine sachliche Kritik ist, so gut wie der Gretsche das halt macht auf DSF, das gibt es ja... Achso, das wird ein... Das gibt es schon seit fünf Jahren nicht mehr. Achso, das sieht man mal, wie wenig eine Sportschau... Eine Sportschau kannst du schon gucken, das ist kein Problem. Das ist wahrscheinlich auch wie ein Chemnitzer Problem. Aber es ist eben dann... Die Frage, wie dann die Kritik aussieht, wenn die sachlich ist, wenn der Gretsche sagt, er hat wirklich scheiße gespielt... Und dann kann man das aber auch eben wirklich ein bisschen abgeschwächelt formulieren und sagen, er war stets bemüht. Und dann sieht es doch schon anders aus und der Sportler fasst das dann auch so oft, na gut, ich habe ja gekämpft und es geht mir halbwegs besser. Aber wenn man dann so ein Ding hört, wie das war ein Totalausfall im Fußball, sieht man dann früh immer in der Zeitung, also bei uns beim Chemnitzer Fußballklub, die Benotung. Und wenn der Torhüter dort eine Fünf oder eine Sechs stehen hat, also ich glaube schon, dass der die Zeitung liest und sich dann... Da will ich selber, dass er nicht ganz so gut war. Und das Ding in sich reinzufressen oder zu verarbeiten, ist schwierig, weil eben die Handballer, die Fußballer jedes Wochenende ein Spiel haben, ein Turnier. Wir haben vier Jahre Zeit für Olympia, dann müssen wir das hinkriegen. Zwischenruf gibt es ein paar Weltmeisterschaften, da muss man auch irgendwie ganz gut sein. Aber das stimmt schon. Aber in Sachen Sportpsychologe, du hast zumindest mal in Sydney den Sportpsychologen rausgeholt. Das kann man für den Callroom, die Geschichte würde ich gerne nochmal hören. Also du hattest Bronze über die 100 Meter Rücken, das war im Sack. Und dann ging es um die Lagenstaffel, was dann passiert? Irgendwie wusste ich das, dass du das Thema nochmal ansprichst. In der 400 Meter Lagenstaffel, also ich hatte die Bronze in der Hosentasche, also bei mir waren die Olympische Spiele schon perfekt gelaufen. Mehr war nicht zu holen. Und dann kamen wir dort in den Callroom-Vorstandraum und da sehe ich dort meine drei Kompagnons sitzen. Und da hat man schon so gedacht, oh Gott, Tetz, das wird nichts, das geht nach hinten los. Weil, was war mit denen? Ich glaube, da hat der Bolzen vorne und hinten schon rausgeguckt. Wenn man das mal so direkt sagen darf. Und man muss sich das auch, bei uns ist es eben wirklich extrem, die Olympischen Spiele aller vier Jahre und das ist das High-End-Ziel. Und da musst du einfach topfit sein, egal was ist. Und das war nur der letzte Wettkampf und da sind wir dort so einen Haufen Elend sitzen. Und da musste ich eben so ein Lied anstimmig wissen, ob es noch jemanden bringt. Wir haben ein Idol, Harald Junke. Und irgendwie haben die dann so ein bisschen mitgesummt und da wurde dann die Stimmung innerhalb von Minuten auch schlagartig besser. Lass mich noch mal ganz kurz das zusammenfassen. In diesem Callroom vor dem Finale über die 5-Meter-Lagen-Staffel saßen vier deutsche Hochleistungssportler, die gemeinsam von dir angestimmt das Lied, wir haben ein Idol Harald Junke gesungen haben. Neben den Amerikanern, da saßen noch ein paar Chinesen und ein paar Italiener. Du wirst jetzt nicht, dass ich das Lied singe, oder? Nein, ich meine, also ich ja nicht, aber... Ich bin Text unsicher geworden. Text unsicher, okay. Aber trotzdem, diese Szenerie ist schon sehr skurril, oder? Also das Gute war ja, dass die anderen den Text da nicht wussten, nicht kannten, nicht verstanden haben. Das war schon mal okay. Natürlich kam ich mir auch ein bisschen komisch vor. Aber was gab es denn für eine andere Möglichkeit? Und ich meine, ich hatte ja auch Angst und Sorge und ich wollte ja auch nochmal Top-Leistungen abliefern. Und du wirst es einfach und das ist ja nicht so, dass man dorthin fährt und sagt, ja, ich bin jetzt bei Olympischen Spielen und wir gucken mal, was da rauskommt. Man hat viel Zeit, Schweiß, Tränen, Angst, Sorge investiert und da will man einfach Top-Leistungen bringen. Ja, und wenn das eben die Möglichkeit war, das so hinzubekommen... Hat es funktioniert am Ende? Ich denke, ja. Überraschend Bronze, muss man ja ganz klar sagen, mit viel Lagenstaffel. Also die haben auch alle eine Top-Arbeit gemacht. Also ich denke, ich war da vielleicht noch der Schlechteste von den Vieren, aber ich habe eben vorher hart und laut gesungen, da war die Luft weg. Also Steve, wenn du die Textzeile, das ganze Lied nochmal ausgraben könntest, ich würde das unbedingt... Das war schon das ganze Lied. Das war schon das ganze Lied? Das war... Gib nur diesen einen Satz. Okay, und um die Melodie machen wir uns jetzt mal keine Gedanken, aber ich würde es unbedingt gern mit in die sportpsychologischen Interventionsprogramme mit aufnehmen. Das scheint ja wunderbar gewirkt zu haben. Also... Man muss es nur laut singen. Ja. Da haben die anderen ja auch Angst bekommen. Ich glaube, das könnte eher der Punkt gewesen sein. Ich habe gedacht, die Jungs haben so viel Luft hier, das ist ja Wahnsinn. Und ich sage mal, das ist ja dann auch wieder so eine Wechselwirkung. Immer kann es gut sein, aber für uns war es gut. Die anderen hatten Angst, haben uns vielleicht doch reingeredet. Aber... Mit Happy End. Mit Happy End. Das hat am Ende funktioniert. Stefan, hast du jemals bei dir persönlich so eine Phase erlebt, wo du sozusagen einmal durch die Kakaomühle gezogen wurdest und hinten wieder ausgespuckt wurdest als Sportler? Ja, häufig. Häufig. Man polarisiert ja, wenn man so aussah oder aussieht wie ich. Und viele finden das ja auch nicht gut. Wegen dem Ohrring. Erst recht nicht in den 90ern. Ja. Und man muss ja auch mal eins sagen, wenn es um den Einfluss der Medien geht oder darum, ob man sich das zu Herzen nimmt. Wenn man Hochleistungssportler ist und man will, weil man es oft geträumt hat, der Beste der Welt werden auf seiner Position, dann muss man ein Narzisst sein. Dann muss man auch eitel sein, weil das ist die Motivation. Du möchtest die Bestätigung bekommen. Du möchtest natürlich auch den Applaus bekommen. Du bist der moderne Gladiator. Und dafür trainierst du natürlich auch. Und dafür machst du das. Also auch um die Bestätigung der Fans, wenn du in die Bördellandhalle läufst oder der Medien und so weiter. Und jede Kritik ist natürlich in deinen Augen unberechtigt. Völlig. Weil du bist natürlich subjektiv als Sportler und sagst, ich habe alles gegeben. Wie kann er mich jetzt hier kritisieren? Das ist natürlich etwas, was dir im Laufe der Jahre, je älter du wirst, anders erscheint und wo du eine andere Relation zubekommst. Aber wenn du anfängst und hast so viel geleistet, so viel gearbeitet, so viel trainiert, dann ist jede Kritik und jeder schlechte Artikel ungerecht, weil du einen Mechanismus entwickelst und viele machen das heutzutage immer noch, indem sie die Schuld erstmal bei den anderen suchen. Also der Trainer war schuld, der Gegner war schuld, der Mitspieler war schuld. Alle waren zu rutschig. Parkett, Parkett immer. Platzverhältnisse und so weiter. Platz hat es ja nicht geklebt am Ball so richtig, dann war der Ball zu groß, zu klein, zu wackelig. Und eins ist auch klar, wenn dich die Bild zu einem Star aufbaut, dann will sie, wenn sie die Chance dazu bekommt, dich auch irgendwann wieder runterreißen. Das ist der Kreislauf, der Story, wie man die Plätze... Hast du das Spiel bewusst mitgemacht oder war dir das nicht klar? Du kannst es nicht bewusst mitmachen, aber an irgendeinem Punkt deines Lebens, an dem du bist, schließt du, wenn du mit der Bild redest, den Pack mit dem Teufel. Das ist dir schon klar, dass die auch die Macht haben, dich wieder runterzureißen. Du kannst es aber auch nicht ohne. Ich habe das mal drei Jahre gemacht. Das war dieser Boykott, wenn du das gesprochen hast, oder? Ich habe damals ein Interview gegeben in der GQ, ein langes Interview, zwei, drei Seiten. Und in diesem Interview ging es zum Beispiel darum, dass mich der Journalist nach dem Thema Doping fragte. Und dann sage ich, ja, ganz schlimm und spielt in unserer Sportart auch keine Rolle. Und jetzt vor kurzem ist ja Marihuana auf die Dopingliste gesetzt worden. Mir soll mal ein Arzt erklären, wo das positiv sich auf meinen Sport auswirkt. Oder leistungssteigernd. Punkt. Nächsten Tag Bild-Zeitung. Kretschmer fordert Marihuana runter von der Dopingliste. Ach wirklich, ja. Und dann riefen die noch Franziska von Almsig, Sepp Mayer, keine Ahnung, noch zwei super Profis an. Und haben die mit dem Satz konfrontiert, Kretschmer fordert Marihuana runter von der Dopingliste. Was halten Sie davon? Sepp Mayer. Kretschmer war noch nie ein Sportler. Der gehört für mich irgendwie ins Fernsehen. Aber im Ernst zu nehmen, der Sportler war der noch nie. Katastrophe, Frechheit. Also da wurden dann noch Meinungen von anderen damit reingenommen. Und da habe ich mit denen in der Tat drei Jahre nicht gesprochen. Du schneidest die dann echt ins eigene Fleisch. Weil du bist irgendwie sauer und sitzt beleidigt in deiner Wohnung. Und die machen sowieso weiter. Also du musst dich dann schon entspannen. Aber was Steve vorhin sagte, Verantwortung, wenn die Bild so ein Ding raushaut, Kretschmer fordert Marihuana runter von der Dopingliste. Und meine Tochter wäre vielleicht in dem Alter, in dem sie jetzt ist, also 14, dann ist das schon eine krasse Nummer. Und dann war das einfach nur Effekthascherei von der Bild und da wollte man dir einen reinhauen. Wir reden gleich nochmal über deine Tochter, dann ein kleines bisschen später. Das würde mich sehr interessieren, weil die ja auch gerade auf dem Weg ist, vielleicht eine große Handballerin zu werden. Aber ich würde mit dir gerne noch über eine Phase reden. Und zwar, du warst damals mit Franziska van Almsieck zusammen, als die BZ 2002 geschrieben hat, Franzi van Speck. Oder kurz nach Sydney. Wie hast du das denn in dieser Innensicht erlebt, dass die Medien dann plötzlich diesen neuen Superstar oder diesen Superstar, wie Franziska das damals war, so dermaßen kaputt gespielt haben? Das ist mir eigentlich hoch anzurechnen, weil ich lernte sie ja dick kennen. Also ich habe da wirklich auf den Charakter geachtet. Also damals war sie ja nicht das Sexsymbol anscheinend, sondern sie war ja Franzi van Speck. Also zumindest für die BZ war das so. Wir lernten uns in Sydney kennen. Also das war ja, die zwei Versager der Olympischen Spiele lernten sich da mehr oder weniger kennen. Finale raus, verworfen gegen Spanien und Franziska, die nichts gerissen hat. Ist abgesoffen, ja. War das eine gute Beziehung auf Augenhöhe vom Start an, oder? Naja, auf Augenhöhe war ja, wir waren ja beide auf Nullpunkt. Insofern war klar, dass es eine Augenhöhe ist am Tiefpunkt unserer beiden Karrieren. Ich verwarf damals den entscheidenden Ball im Viertelfinale und war eigentlich der Schuldige der ganzen Geschichte und sie gewannen auch nichts. Und dann unterhielt man sich eigentlich, weil man gab sich seinen Depressionen hin. Und das war natürlich eine Augenhöhe, man teilte ein Schicksal. Und das war brutal, was die Medien aus ihr machten. Also sie war natürlich zu der Zeit der große deutsche Superstar und alles stürzte sich auf sie. Und wenn man das weiß, wie sie trainiert hat, das habe ich ja in den nächsten vier Jahren dann gesehen. Also man kann sich das als Handballer zum Beispiel gar nicht vorstellen. Theo mit seinen 50 Metern kann sich das auch nicht vorstellen. 100 ist teilweise auch geschwommen. 100, hast du geschafft. Aber geradezu. Muss ich mir mal vorstellen, das ist ein Mensch, der steht morgens auf, springt ins Wasser, 8 Kilometer. 8 Kilometer. Geht dann, kriegt dann irgendwie so ein Fressrausch, Frühstück, alles was er zu kriegen kann. Dann Mittagsruhe, nachmittags nochmal 7 Kilometer. Also jeden Tag 15 Kilometer schwimmen. Im Wasser. So. Und dann bereitest du dich... Na wo sollst du denn sonst schwimmen? Genau alle. Also das war sehr sinnvoll. Und dann bereitet man sich als Schwimmer ja wirklich vier Jahre lang vor. Das heißt, man hat nicht wie wir jedes Wochenende ein Spiel vor einer gewissen Zuschauergunst, sondern man macht es vier Jahre lang. Und dann kommt man zu olympischen Spielen ins Finale und guckt mal kurz nach links und rechts. Und da ist dann links Costa Rica. Habe ich jetzt drei Jahre nicht gesehen. Den Klotz. Rechts China. Habe ich noch nie gesehen. Fragst du dich auch, wo kommt die jetzt auf einmal her? Die war bei der WM jetzt auch nicht dabei. Bei der EM sowieso nicht. Das ist klar. Gastschwimmer maximal. Und in dem Moment weißt du eigentlich schon, alles klar. Also hier habe ich eigentlich keine Chance. Und sie war ja wirklich die technisch beste Schwimmerin, die es gab. Aber was dann an Körper links und rechts daneben stand, da wusstest du eigentlich, das geht ja wahrscheinlich nicht mit rechten Dingen zu und ich werde es nicht gewinnen. Oder ich habe keine Chance. Und das ist dann schon brutal, wenn du vier Jahre trainierst und dann passiert sowas. Und wenn dann die Medien dich auch noch richtig fertig machen. Ich glaube, sie hat sich ja erst mal drei Wochen auf irgendeine Insel verpisst und das war's. Das ist brutal. Also da wieder rauszukommen, das ist glaube ich das Heftigste, was ein Leistungssportler erreichen kann. Sie kamen wieder raus mit fünfmal Gold bei der Heim-EM dann in Berlin. Also das muss man auch dazu sagen. Ich denke, das war ja bei den Schwimmern auch das Hauptproblem. Wir haben ja fast keine Medaille dort geholt. Und ich sage mal, die ganzen anderen Schwimmer haben das ja auch gelesen, die Zeitungsartikel. Und die haben ja auch mitbekommen, wie es der Franzi da ging. Und du leidest damit, wenn du siehst, wie ein Sportler dort niedergemacht und runtergetreten wird. Also du stehst da auch daneben und hast Scherzschmerz. Und du kannst dir aber dort nicht helfen. Du musst dich ja auch irgendwie auf deinen Sport vorbereiten, sonst sagt man, die letzten vier Jahre waren sinnlos. Aber das ist schon Wahnsinn. Und da muss man vielleicht auch, wie sagt man, wirklich die Sportler mehr psychologisch betreuen. Eben auch, was Krisenphasen angeht, aber eben auch, wie hilft man denn da? Wie hilft man denn seinem Freund, seinem Kumpel, seinem Kollegen, der das schon jahrelang mit dir geschindet hat? Und das weiß ja jeder, was man da für ein Training braucht. Und kretscht du ja auch, oder? Ich meine, wie ihr dort in der Halle rumfliegt und wie oft ihr stürzt. Also manchmal sieht es ja wirklich ungesund aus. Und du bist ja auch so schmal. Das ist das Koordinationsvermögen. Das kann schon ungesund sein. Aber ich meine, ganz ehrlich, unser Psychologe war der Alkohol. Das ist einfach so. Also wir haben dann tatsächlich, wenn es Niederlagen gab, bittere Niederlagen gab, zum Beispiel auch in Sydney, haben wir das Mannschafts-intern gelöst, meistens nachts. Mit Erding alkoholfrei. Gut. Wollen wir die Geschichte erzählen? Nee. Kann man Sportler, weil das Steve gerade gesagt hat, kann man Sportler im Vorfeld, oder andersrum, wenn wir uns auf so ein Interview vorbereiten nach dem Wettkampf, ich weiß, Steve ist im Wasser, der schwimmt seine 100 Meter Rücken, habe ich natürlich auch im Vorfeld mal geguckt, was hat er schon gewonnen, habe aber auch schon geguckt, wo hat er schon mal versagt, um sozusagen ihn dann zu kommen und zu sagen, war das jetzt genauso schlimm wie in Eindhoven, war das genauso schlimm wie in Berlin oder wie auch immer. Redet man mit Sportlern vorher auch über den Worst Case oder muss man die nur positiv auf die Schiene setzen? Also dem Worst Case gebührt auf jeden Fall auch ein Platz, kommt immer ein bisschen aufs Timing an, wann man so ein Thema einfach anspricht, aber sagen wir mal so diesem Neger, dem schlimmsten Fall, der schlimmsten Fälle mal ins Auge geguckt zu haben, sich das mal durch den Kopf gegangen gehen zu lassen, was kann eigentlich schlimmstenfalls passieren, kann einfach auch manchmal ein bisschen entspannen oder beziehungsweise Spannung auch nehmen, wenn man das tatsächlich mal real... Wenn man sich vorbereitet vorkommt, oder? Wenn man sich vorbereitet vorkommt und selbst dann auch eine Gewissheit hat und selbst dann wird sich die Erde für mich weiter drehen und ich werde irgendeinen Weg finden, mit der Sache klar zu kommen und damit umzugehen. Also dass nicht dieses Gefühl von, es wird einem der Boden komplett weggezogen, da ist. Und solchen Gedanken und den Überlegungen, die jeder einfach auch mal so durchspielt, Raum zu geben und eine Möglichkeit zu geben, das mal abzugleichen, zu hinterfragen und zu diskutieren, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Das gehört mir dazu. Stefan, letzte Frage in der Runde jetzt hier. Wir sind nämlich fast schon am Ende. Deine Tochter spielt außergewöhnlich gut Handball in Leipzig, beim HC Leipzig. Merkt die schon einen Druck? Bereitest du sie darauf vor, was da kommt? Weil du musstest damit ja auch umgehen mit der Mutter, mit dem Vater, sie Rekordnationalspielerin, er der Trainer der Nationalmannschaft unter anderem. Also da gucken schon andere Leute auch drauf. Wir werden demnächst auch drauf gucken, also wir, manches die Medien. Bereitest du sie darauf vor? Also was ist ja Fluch und Segen zugleich. Ich kenne das aus meiner eigenen Vergangenheit. Meine Eltern waren ganz erfolgreiche Handballspieler und am Anfang ist es hilfreich, weil dir viele Türen geöffnet werden und dann ist es ein Fluch, weil du ständig daran gemessen wirst. Also in meinem Leben verschob sich das von der Sohn von Waltrad und Peter bis hin dann die Eltern von Stefan. Also das war dann so ein Prozess über mehrere Jahre hinweg. Ist es Antrieb für dich? Ohne Frage. Und bei ihr ist es so, du musst mit deinem Kind natürlich darüber reden. Du musst sie darauf vorbereiten. Sie kriegt Interviewanfragen und es ist sportlich überhaupt noch nicht gerechtfertigt. Einfach weil sie diesen Namen hat. Sie ist 14 Jahre alt und spielt sicherlich Nationalmannschaft jetzt auch in dieser C-Jugend. Und sie ist sehr talentiert, aber dieser Hype in Anführungsstrichen, der ist nicht gesund für ein Kind in dem Alter. Und das sehen natürlich Mitspieler vor allen Dingen, die dann Neid entwickeln, Missgunst. Und das ist ganz normal, gerade in dem Alter sind Kinder oder Jugendliche relativ ehrlich und drücken dir das dann auch schon ab und zu mal rein. Und wenn du da nicht mit ihr redest, dann ist das psychologisch nicht einfach für sie alleine zu lösen. Und du musst dir einfach da die Angst nehmen und musst sagen, Kind, hab Spaß und mach das. Und wenn ich da manche Eltern in der Halle sehe, wie viel Druck die ausüben und dass die sich nochmal wieder erleben in ihrem Kind und ihr ganzes verkorkstes Leben im Prinzip, was sie mal erreichen wollten, nochmal in ihrem Kind ausleben, das ist schon teilweise schlimm. Aber das versuchen wir ein bisschen anders zu lösen. Aber du musst natürlich viel mit ihr darüber reden. Das stimmt, das tut ihr. Steve, wie sieht das bei dir aus? Auch hier letzte Frage, was machst du aktuell? Ich hörte was von einem Schwimmhallenprojekt. Ja, das haben ja nur bestimmt viele oder alle mitbekommen, dass es mit dem deutschen Sport, denke ich, nicht mehr ganz so gut aussieht wie vor ein paar Jahren noch. Also der Kretscher hat oft gehört, ich habe oft gehört. Also ich sehe es auch beim Schwimmen hier in Chemnitz oder in der Region. Also der Leistungssport leidet schon sehr und da geht immer weiter zurück. Und Boris Becker hat, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, ich kann nichts besser als Tennis spielen. Also spiele ich Tennis und bei mir ist das eben das Schwimmen. Und da liegt es natürlich nahe, dass man dann irgendwann mal ein eigenes Schwimmbad baut und ein Leistungszentrum versucht zu installieren, wo wir dann vielleicht nochmal bei Leistung kommen. Vorbild ist, glaube ich, so ein bisschen das Eisschnelllauf-Team oder Profi-Teamcharakter aus Holland, wo das ja unfassbar jetzt auch in Sochi wieder funktioniert hat. Also das wäre dann sozusagen deine... Brauchst du noch jemanden, der irgendwie Geld gibt oder sowas? Viele, ja. Okay. Wäre wichtig an der Stelle. Wischen könnt ihr noch einen oder... Ja, also das wäre wichtig, wenn Sie das jetzt gerade... Ne, da ist die Kamera jetzt. Also wenn Sie gerade jetzt das nochmal sehen und Sie sagen, Mensch, Kinder, für so ein Schwimmprojekt, nehmen wir die Kamera, für so ein Schwimmprojekt vom Herrn Teloke würde ich gerne ein bisschen Geld ausgeben. Über die Uni gibt es den Kontakt hier in Mittweide. Tobias, ich weiß, der Flieger geht. Hinten warten schon viele Menschen, die dich irgendwie Richtung Dresden schaffen wollen. damit du wieder zurückkommst. Also du spielst jetzt die Wetten, das Karte doch. Ja, ich spiele jetzt die Wetten. Also ich möchte einfach nur an der Stelle ganz herzlich bedanken, dass du die knappe Zeit, die immer dann da ist, heute hier bei uns warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an dich, lieber Heike, dass du auch Einblicke gegeben hast in die Welt der Sport-Psychologie. Männer, es ist schade um euch, dass ihr nicht mehr Sportler seid, aber so als Gesprächsgäste finde ich das ziemlich cool und ziemlich schön, dass ihr immer wieder euch die Zeit nehmt. Daumen drücken für das Schwimmbadprojekt und Aufstieg für den SCDFK, das klappt? Ja. Gut, wunderbar. Vielen Dank, Ihnen beim Zuhören. Schöne Abend noch. Und genießen Sie den Abschluss des heutigen Tages. Dankeschön. Ja, danke dir. Noch kurz sitzen bleiben? Genau. Ich bedanke mich auch noch mal bei allen Gästen hier auch bei Ihnen für die Moderation, für diesen interessanten Einblick von dem Sport in die Medien. Das war jetzt auch schon unser letztes Panel des diesjährigen Medienforums. Doch die Veranstaltung ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt ein kleines Highlight für euch, denn draußen geht es auch noch weiter mit dem Get-Together. Wir feiern 20 Jahre Medien und auch ein ganz spezieller Akt wird euch mit nach draußen begleiten. Schaut mal alle dort nach hinten. Ein fändiger Applaus für Hannes und unseren Spray-Beitfahrer. Genau, die Fernsehaltung geht es auch noch weiter mit Konrad Küchenmeister und Christian Schultelow. Danke, dass ihr alle da wart. Danke als Team, danke an unsere Professoren und an alle Speaker und euch noch einen schönen Abend.